Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Wii-inem Grundrunde. Ich bin heute mal alleine unterwegs, schon mit Warriors. Ich bin privat gestorben. Kurz als Impfung für euch. Ja. So, hier noch mal was, was mir passiert. Diese Folge kommt wahrscheinlich dann direkt, wo es hier aufgenommen war. Einfach damit ihr mal ein kleines Lebenszeichen bekommt. Es kam die ganze Zeit jetzt nix. Also von meiner Seite aus entschuldige ich mich dafür, weil ich wäre krank, David wäre krank. Da ist... Es gibt immer so eine Sache. Kriegst du keine Sache? Kann da immer zwischendurch gehen? Oh, was haben wir denn da? Mein Freund, du bist drauf. Nee, oder geh ich drauf? Ich glaube, wenn ich nicht draufgehe... Jetzt stirbt... Das ist mein... Slime... Doch... Das ist auch so... Aber was, was uns nicht interessiert... Das ist ein bisschen besseres Schwein als das, was ich hab. Ich muss mir das aber erst aber kämpfen. Ja... Da hat dann noch ein Kind getrunken... Das gibt's ja noch nicht. Ja, das wird auch die Entfallen, das heißt, dass er sich hat. Wo... Die... 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 Was ich gefühlt ist in Ruhe, ist das denn so schwer, muss ich für die Ruhe erkämpfen, ihr Miestern. Oh, Level 3 geil. Also, ich hab noch vieles tun, aber es ist in letzter Zeit so wenig krass, es kommt jetzt in der Regel öfter wieder was. Also, ich hab noch nicht mehr. Der Baller, der Stabler. Ich werde wahrscheinlich auch zum ersten Mal richtig Musik drunter nehmen, um zu gucken. Diese kleinen Mistfächer, die gehen mir teilweise so um den Keks. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Stopp. Gibt es diesen Drecks? Nein, oh shit. Kolumbase. Kolumbase down, ey. Wir sind da. Wie lange nehmen wir? 5 Minuten gerade mal. Gott sei Dank habe ich die Regeln nicht gespielt. Habe ich keine Regeln dafür. Wir hängen noch ein paar Minuten dran. Diesmal als Mage. Gehen wir mal auf den Fernkampf spezialisieren. Gehen wir uns da mal drauf. Wir gehen mal an Medusa. Und kämpfen direkt los. Und sterben. Uuuuh, da... Den kriegen wir gleich was schickes. Nutzerkundin, Design 60-45-00. Oh! Oh! Skull rank me! Oh. Das war ja nicht so erfolgreich. Oh, hier sehe ich Skorpion Green. Level Up, Level 2. Quest Complete. Das wird mein Englisch ein bisschen aussehen. Jetzt ist hier einer. Dann können wir auch im Fernkampf gehen. Du Slime, du auch. Plus wir machen mehr Schaden im Fernkampf. Du riesige Slime. Slime-Fahne. Oh ne, das wäre glaube ich ein Fehler, oder? Und dann nochmal von dem Kreis. Machen wir das doch an. Auch wenn ich heute nicht so gesprächig bin, liegt es daran, dass ich schon spät abends habe. Dafür entschuldige mich nicht. Und jetzt kommt da so gescheuerte Skorpionen auch noch an. Die auch die Mütze haben wollen. Wenn man einen Heilschrank hat. Gehen dann auch noch auf die. Die auch die Mütze haben wollen. Die kommen auf den Fall. Die kam nicht auf. Guck mal wie schnell die Daumen sind. Okay, jetzt komplett ein Level ab. So schnell geht das? 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 Wir können auch mal Wünsche äußern, als was ich spielen soll. Das könnte man machen. Vielleicht kommt keiner den Wünschen nach, kommt es auch nicht. So schnell geht das. So schnell geht das. Und so schnell geht das. So schnell geht das. Oh, die ist der Kabel. Level up. Tornado Tornado Ok ok Was muss ich darüber drin sagen können Ich konnte schön sein Nein, wir haben jetzt 10 Minuten rum Und zwar Wenn ihr mich voll wählt Abonnieren lasst Das kennt ihr zwar schon Oh Abonnieren Like Wenn euch das Video gefallen hat Und ich bedanke mich Euer Sven